Das ist euer neuer Mitschüler Georg Baerbauer und er kommt aus Frankfurt am Main. Ey du Wichser, warum bist du nicht schlimm geblieben? Bist du rechts oder links? Ich gehöre nicht her und ich werde dir niemals hergehören. Der Typ gefällt mir nicht. Der Typ ist ein Kämpfer, wie ich. Wer glaubt etwas zu sein, hat Aufgabe etwas zu werden. Taekwondo ist mehr als nur ein Sport. Diese Leute sind gefährlich! Ist jetzt einer von uns? War ja eine persönliche Sache. Deutschland ist eine persönliche Sache. Hau ab! Die größte Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen. Ach du? Ach du? Ach du? Untertitelung des ZDF, 2020